Mein Name ist Michael Paustian, ich bin stellvertretender Chefredakteur der BILD und kümmere mich bei BILD um die ganzen digitalen Objekte. Ich habe als Schülerpraktikant tatsächlich das erste Mal in den Konzern hineingeschnuppert und BILD erlebt und mich prompt verliebt und blutgeleckt und gedacht, das ist der tollste Job auf diesem Planeten, da will ich hin. Ich glaube, ein Unterschied tatsächlich schon in der Ausbildung bei der Akademie als auch im tagtäglichen Geschäft bei uns in den Redaktionen ist, dass wir, glaube ich, die Printwelt auf der einen und die digitale Welt auf der anderen schon sehr nah zusammengeführt haben. Ich glaube, Axel Springer ist tatsächlich traditionell und von jeher eigentlich ein Arbeitgeber, der als besonders sozial gilt und wo man halt eben auch weiß, der kümmert sich um seine Arbeitnehmer und ich bin jetzt aktuell das beste Beispiel. Ich werde gerade Vater, sieht das an meinem Grinsen, glaube ich, meinem glücklichen Beseelten. Wir haben ja die wahnsinnige Möglichkeit, unser Kind auch in die Kita zu schicken. Das ist in Hamburg so, das ist hier bei den Wolkenzwergen so und das ist natürlich etwas, wo man einfach mal sagen muss, da wird einem geholfen. Gerade wir bei BILD haben, glaube ich, schon das ein oder andere Bling-Bling-Produkt, was wir tagtäglich machen, aber auch immer mal wieder mit neuen Bling-Bling-Produkten auf den Markt kommen. Und in your face journalistic rioting verstehe ich persönlich so ein bisschen als auch Versprechen, was da noch kommt. Und ich weiß ja, was kommt, ja, da kommt noch eine Menge. Und insofern, glaube ich, in your face journalistic rioting kann ich hier und jetzt versprechen.